Der Edel-Opal, der seltenste und kostbarste Vertreter der Opale. Schon im indischen Sanskrit wird der Opal ersetzt. Und für die Eborigines, die Ureinwohner Australiens, ist der Edel-Opal. Um das Geheimnis seines außergewöhnlichen Farbenspiels zu lüften, muss man tief in die Struktur des Opals vordringen. Die Ureinwohner-Opal sind Eisensandsteinknollen von unglaublicher Vielseitigkeit. Die Entstehung der Edel-Opal Australiens wird unter Fachleuten heftig diskutiert. Bis heute wird die Ureinwohner-Opal, der seinen Namen der Stadt Lowa verdankt, ausschließlich in einer kleinen Richtung. Um die seltenen Edel-Opal zu entdecken, muss man viel Zeit, harte Arbeit. Erst dann beginnt man, mit einer wassergekühlten Diamantsäge den Rohstein zu zerschneiden. Zuerst beginnt man damit die großen... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020